Ja, diesmal habe ich vier Ersteindrücke für euch und es sind natürlich eine Menge neue Spiele zur Spiel 21 im Oktober rausgekommen. Ich habe da von einer Menge mit nach Hause gebracht, auch viele von den Verlagen bekommen und bin jetzt fleißig am Spielen und möchte euch dann heute mal von vier Spielen so ein bisschen genauer vorstellen, was ich nach den ersten Partien davon halte, wie ich sie finde, ob ich sie Lust habe weiterzuspielen und mehr. Ja, und los geht's mit Seven Wonders Architects, ein Spiel, welches bei Repos Production 2021 jetzt zum Spiel erschienen ist, im Vertrieb in Deutschland bei Asmodee. Der Autor ist Antoine Boussard und der Grafiker Etienne Hebinger. Zwei bis sieben Spieler können Seven Wonders Architects spielen und das Spiel ist aber acht Jahre empfohlen. Eine Partie dauert nach offiziellen Angaben so 25 Minuten, was auch gut hinkommt. Und die Komplexität wird bei BGG mit 1,5 von 5 angegeben, also wirklich totales Familien- und Einsteigerniveau. Die Bewertung liegt aktuell bei 7,4 von 10, aber bei all den Spielen heute muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn die Spiele sind natürlich noch nicht lange raus. Da haben noch nicht so viele Leute die Spiele bewertet und ausführlich spielen können. Ja, ich habe ein Rezensionsexemplar auf jeden Fall von Asmodee bekommen von Seven Wonders Architects. Vielen Dank schon mal dafür und konnte es jetzt auch spielen. Und das ist ja ein Familien-Einsteiger-Ableger von Seven Wonders, ein sehr bekanntes und beliebtes Drafting-Spiel, was so das Kart-Drafting mehr oder weniger erfunden, kann man jetzt nicht sagen, aber populär gemacht hat. Und bei Seven Wonders Architects funktioniert das alles ein bisschen anders. Auch hier baut jeder Spieler und jede Spielerin an einem eigenen Weltwunder, denn es geht zurück in die Antike und jeder von uns hat so ein Set aus fünf Einzelteilen, Einzelteilen, die man zusammenlegt und die aber erst auf der Bauseite sozusagen liegen. Und nach und nach können wir halt einzelne von diesen Bauabschnitten erfüllen, was uns Siegpunkte bringt, was uns aber auch Bonusaktionen bringt. Und wenn eine Spielerin oder ein Spieler ja als erstes ihr Wunder fertig hat, endet auch das Spiel. Das heißt aber nicht, dass diese Person gewonnen hat, sondern dann wird auch geschaut, was für Punkte insgesamt gemacht wurden. Natürlich bringen die Weltwunder selber Siegpunkte. Gerade der letzte obere Bauabschnitt bringt nochmal richtig Siegpunkte. Aber man kann in dem Spiel eben auch durch viele andere Sachen Siegpunkte machen. Ja, und das Drafting ist hier ein bisschen anders gelöst. Im Gegensatz zu Seven Wonders, wo wir ja eine bestimmte Anzahl von Karten in die Hand bekommen, eine Karte auswählen und den Rest der Karten links zum nächsten Nachbarn weitergeben, ist es hier so, dass wir quasi links und rechts neben uns jeweils einen Kartenstapel offen stehen haben. Denn jedes von diesen Weltwundern bringt auch ein eigenes Kartendeck mit. Da stellen wir dann, wenn wir das Weltwunder haben, dieses Kartendeck zwischen uns und unserem linken Nachbarn. Das machen alle Spieler und Spielerinnen, sodass halt zwischen immer zwei Spielerinnen und Spielern so ein Kartenstapel steht. Und in der Mitte gibt es noch einen verdeckten Nachzugsstapel. Das heißt, man hat immer die Auswahl, wenn man dran ist, vom linken Stapel neben einem, vom rechten Stapel neben einem oder aus der Mitte vom verdeckten Stapel eine Karte zu nehmen. Ja, diese Karten haben wieder die verschiedenen Farben. Es gibt rote Militärkarten, grüne Wissenschaftskarten, blaue Kulturkarten, gelbe Geldkarten und graue Ressourcenkarten. Ja, und die letzteren Ressourcenkarten, die sind halt wichtig, um Bauaufschnitte zu erfüllen. Da braucht man in der Regel zum Beispiel zwei gleiche Ressourcen oder drei unterschiedliche. Das steigert sich dann weiter oben beim Bauen des eigenen Weltwunders. Da ist es aber grundsätzlich egal, welche Ressourcen man hat. Man muss halt nur Sets sammeln, eben aus verschiedenen oder gleichen, um dann das eigene Weltwunder weiterbauen zu können. Man muss dann in dem Moment dann auch diese Ressourcen abwerfen, diese Ressourcenkarten und diesen Teil des Weltwunders umdrehen. Gegebenenfalls dann noch die Sonderaktion ausführen. Jedes Weltwunder hat eine eigene Sonderaktion. Und ja, dann ist der nächste Spieler dran, die nächste Spielerin. Bei den Militärkarten ist es so, dass hier auch erstmal Schilde drauf sind. Das heißt, das zeigt an, wie stark unsere militärische Macht ist. Aber es sind auch Hörner drauf. So, ja, solche Militärhörner halt, die das Geräusch halt machen von so einem Horn. Und wenn da drei aufgedeckt werden, wenn da drei offen liegen, werden in der Mitte immer nach und nach also solche drei, solche Marker umgedreht von der Friedensseite auf die Kampfseite. Also wenn dann die alle drei umgedreht sind, kommt so eine Auswertung des Kampfes sozusagen. Und dann gibt es einfach Siegpunkte, wenn man mehr Kampfkraft als der Nachbar hat. Man schaut dann links und rechts, kann also jeweils drei Siegpunkte machen, wenn man jeweils stärker ist für eine Kampfkraft. Maximal sechs Siegpunkte. Und die anderen kriegen dann halt nichts, wenn sie unterlegen sind. So kann man eben Siegpunkte machen. Es gibt Wissenschaftskarten. Da gibt es in der Mitte liegen Token aus. Drei offene und ein verdeckter Stapel von solchen grünen Wissenschaftstoken. Die bringen teilweise Siegpunkte, teilweise bestimmte Boni im Spiel. Und die bekommt man, wenn man entweder zwei gleiche Symbole auf den Wissenschaftskarten auf den grünen hat oder drei unterschiedliche. Und auch die muss man wieder abgeben. Und dann kann man sich einen von diesen drei ausliegenden oder vom verdeckten Stapel ein Token nehmen. Und wie gesagt, die bringen Vorteile oder Siegpunkte. Blaue Kulturkarten bringen generell Siegpunkte, zwei oder drei Siegpunkte. Zudem gibt es dann teilweise noch eine Katze da drauf. Und da gibt es so einen kleinen Katzen-Standy, den bekommt man dann, wenn man so eine Karte draftet, also nimmt und vor sich auslegt. Und immer wenn man diese Karte am Anfang seines Zuges, wenn man diese Katzen, diesen Katzen-Standy am Anfang des eigenen Zuges hat, kann man in dem mittleren Stapel, der verdeckt ist, sich die obere Karte anschauen. Was schon sehr hilfreich ist, weil man einfach gut einschätzen kann, ob das eben jetzt hilft oder ob man doch lieber von den linken oder rechten Stapel, die ja offen sind, die oberste Karte nimmt. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Vorteil. Und am Ende ist der Karte auch nochmal zwei Siegpunkte wert, dieser Katzen-Standy. Die gelben Geldkarten sind einfach Joker. Damit kann man halt irgendeine Ressource ersetzen, die man braucht, um das eigene Weltwunder zu bauen. Ja, und das ist es halt schon. Im Gegensatz zum klassischen Seven Wonders gibt es hier keine Abhängigkeiten. Da gibt es ja verschiedene Stufen bei normalem Seven Wonders, wo man halt bestimmte Gebäude haben muss, bestimmte Ressourcen haben muss, um bestimmte Gebäude auszuspielen zum Beispiel. Das gibt es hier alles nicht. Das heißt, man kann jede Karte, die man draftet, kann man ausspielen. Das macht das Spiel natürlich deutlich einsteigerfreundlicher und entsprechend ist die Bewertung, die Schwierigkeitsbewertung deutlich niedriger als bei Seven Wonders und wirklich ein richtiges Einsteigerspiel. Dazu kommt noch, dass das Spiel recht schnell gespielt ist. Die 25 Minuten, die ich vorhin genannt habe, die sind wirklich realistisch. Man kommt hier sehr schnell durch eine Partie. Wir haben letztens dann gleich zwei Partien als Absacker abends noch in der Dreierrunde hinterher gespielt. Das ging auch unter 25 Minuten nachher, weil man wirklich so schnell spielen kann. Und das ist ganz nett. Natürlich ist es keine riesen Herausforderung. Das ist ja kein neues, großes Seven Wonders sozusagen mit neuen, wahnsinnigen, interessanten Mechaniken. Es ist wirklich runtergedampft, wirklich für Einsteiger und Familien angepasst. Dafür aber ideal. Und wie gesagt, selbst uns gefällt es so als kleiner Absacker für mal 20 Minuten am Ende des Spiele abends. Und deshalb muss ich sagen, es ist schön gestaltet. Die Materialqualität ist auch super. Jedes der sieben Weltwunder hat ein eigenes Plastik-Tray, wo halt die Bauteile drin liegen, aber auch dieser Kartenstapel. Und der Kartenstapel selber liegt noch in so einem kleinen, ja, so einem Kartenhalter. Also das ist wirklich so ein eigener Tray für die Karten, den man direkt dann auf den Tisch stellen kann. Eigentlich eine ziemlich hochwertige Ausstattung, muss ich sagen. Was dazu auch führt, dass die Box relativ groß ist. Ich dachte, für so ein kleines Spiel ist die Box deutlich kleiner. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil. Wenn man das mitnehmen will, ist es halt wirklich fast so groß wie eine richtige Spielebox. Und da muss man sich schon überlegen, ob man den Platz dafür nimmt oder vielleicht für ein kleines Kartenspiel, was um ein vielfaches kleiner ist. Aber ich finde die Ausstattung super. Auch die restlichen Materialien, also der gesamte, der Nachzustappe für alle. Diese Marker für den Krieg, die Siegpunkte und auch für die Wissenschaft, die Tokens. Die sind alle aus Plastik. Und oder sind sie Pappe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es könnte auch Pappe sein. Ich glaube, die Marker für die Wissenschaft sind Plastik und die Kampfmarker sind Pappe. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen. Aber die sind auch alle in einem Extra-Tray nach drin. Also man hat nichts rumfliegen in der Box, sondern es gibt für alles so kleine Plastik-Trays, die man rausnehmen kann, auf den Tisch stellen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und muss ich sagen, wirklich ein sehr schönes Beispiel, wie man heute so Insurz machen kann. Dafür ist das Spiel aber insgesamt wirklich vom Preis her noch okay. Es ist klar, es ist ein Familienspiel. Aber das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der zu Weihnachten hier vielleicht noch ein Einsteigerspiel, ein Familienspiel sucht, das man auf den Tisch bringen kann, was wirklich keine komplexen Regeln hat, was sehr schön aussieht auch und was einfach Spaß macht. Von daher, mein erster Eindruck von Seven Wonders Architects ist auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und selbst ich werde das auf jeden Fall immer mal wieder auf den Tisch bringen. Als zweite Neuheit haben wir Freie Fahrt. Und Freie Fahrt ist ein Spiel, was von 2F-Spiele stand, was man an dem Titel, der mit 2F anfängt, ja schon fast erahnen kann. Hier hat wieder Friedemann Friese ein Spiel entwickelt. Der Künstler ist Harald Lieske, was man auch durchaus erkennt. Komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Und das Spiel ist für 1 bis 5 Spieler. 50 bis 90 Minuten dauert das. Ab 10 Jahren wird angegeben. Und die Schwierigkeit aktuell bei BGG wird mit 2,67 angegeben. Da muss man, wie gesagt, vorsichtig sein. Das Spiel ist auch noch nicht so lange raus. Und ja, 2021 jetzt zum Spiel 21 erschienen. Freie Fahrt ist auch ein Rechnungsungsexemplar. Nur so als Hinweis habe ich auch vom Verlag bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Die Bewertung insgesamt bis jetzt 7,2 von 10. Aber wie gesagt, da muss man auf jeden Fall vorsichtig mit sein. Freie Fahrt ist ein Spiel, was im ersten Moment, wenn man es sich so anschaut, an Zug um Zug erinnert. Denn wir haben einen Spielplan, der die Europakarte zeigt. Und auf dem Europaplan sind überall Orte mit Schienenverbindungen, beziehungsweise dort, wo Schienenverbindungen gebaut werden können, drauf. Also eigentlich genauso wie bei Zug um Zug. Nicht ganz so farbenfroh. Hier ist es alles etwas in grün-braunen Tönen gehalten. Das ist hier ein kleiner Kritikpunkt. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Aber ich finde teilweise die etwas klarere farbliche Markierung, gerade von Städten etc. wäre vielleicht manchmal ein bisschen hilfreicher. Ja, und hier geht es halt darum, dass wir eigentlich auch Schienen legen. Das heißt, wir verbinden hier Orte auf dem Spielplan, indem wir in unserem Zug zum Beispiel zwei Konstruktionspunkte, nennt sich das, ausgeben. Das heißt, wir können auf normalem Gelände zwei Schienen legen. Es gibt aber auch Tunnel- und Wasserüberquerungen, also Fähren. Die sind extra markiert. Da müssen wir zwei Konstruktionspunkte für eine Schiene ausgeben. Das ist ja ähnlich wie bei Zug um Zug, wo man ja auch für die Tunnel mehr investieren muss, sozusagen, um dort Schienen legen zu können. Und ja, so versuchen wir halt bestimmte Orte zu verbinden. Warum machen wir das? Es liegen an der Seite des Spielplans Karten aus, und zwar Ortskarten. Es gibt halt entsprechend viele Orte auf dem Spielplan. Und entsprechend gibt es auch Ortskarten dazu in drei Stapeln. Eins, zwei, drei. Also jeder Ort ist auch dreimal dabei in jedem von diesen Stapeln ein. Es wird erst der Stapel 1 runtergespielt, dann der Stapel 2, dann der Stapel 3. Und wenn der alle ist, endet das Spiel. Und ja, in dem Fall ist es halt so, dass wir immer die Auswahl haben. Es liegen immer pro Route, die wir erfüllen können, liegen drei Karten aus. Und wir können entweder die erste als Startstadt und die zweite als Zielstadt nehmen, oder die zweite als Startstadt und die dritte Karte als Zielstadt. Das heißt, es gibt immer zwei Orte, an denen wir starten und an denen wir enden. Denn wir können so einen Auftrag auch nur nehmen, wenn wir in dem Ort gerade sind, beziehungsweise gerade in unserem Zug gerade durch diesen Startort durchgefahren sind. Dann können wir diese Route nehmen. Und dann legen wir auf unseren Waggon, der an unserer Lokomotive hinten dran hängt. Wir haben so kleine Plättchen mit einer Lokomotive und einem Waggon am Anfang. Und dann legen wir einfach diesen Stapel aus Start- und Endstadt da drauf, mit der Endstadt oben, also mit der Zielstadt nach oben, damit wir wissen, wo wir hinfahren müssen. Ja, und dann haben wir eben so eine kleine Lok. Und das ist eben anders als bei Zug und Zug. Wir müssen dann auch durch eine Aktion, das ist eine der drei möglichen Aktionen, müssen wir dann uns quasi zu dieser Zielstadt bewegen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und wir haben am Anfang, können wir da immer zwei Orte weit gehen. Später, wenn der dritte Stapel von Ortskarten ins Spiel kommt, können wir diese Lok umdrehen. Dann können wir uns drei Schritte bewegen mit der Lok. Können wir also noch schneller Aufträge erfüllen. Und so versuchen wir halt natürlich über eigene gebaute Strecken am besten, von diesem Startort zum Zielort zu kommen. Haben wir das geschafft, können wir als freie Aktion dann nach unserem Zug mit unserer Lokomotive sagen, hier, ich habe den Auftrag erfüllt. Dann legen wir das zur Seite und haben wieder den Waggon frei, um einen anderen Auftrag aufzunehmen und den wieder zu erfüllen. Und ja, pro Auftrag gibt es halt Punkte, die wir erfüllt haben, gibt es am Ende Punkte. Für die ersten Ort, den wir erfüllen, sozusagen gibt es fünf Punkte. Das heißt, beim ersten Auftrag haben wir auf jeden Fall ja diese zwei Städte zum ersten Mal in einem Auftrag drin. Das heißt, der erste Auftrag ist zehn Punkte wert, auch die nächsten werden in der Regel zehn Punkte wert sein pro Stadt, halt fünf. Wenn wir dann aber ab den Stapeln zwei und drei anfangen, dann Aufträge zu nehmen wieder, da kommen ja dieselben Orte wieder vor. Das heißt, es kann sein, dass ich zum zweiten Mal Helsinki als Start oder Zielort drin habe. Und bei jedem weiteren Mal ist das halt die Stadt nur noch zwei Punkte wert. Das heißt, man versucht ja auch viele unterschiedliche Städte anzufahren und Aufträge zu erledigen, um möglichst immer die fünf Punkte zu bekommen und nicht um viele Städte irgendwie zwei oder dreimal zu haben, was natürlich dann weniger Punkte bringt. Ja, und so entwickeln wir unsere Stadt, unsere Strecken. Wir bauen natürlich immer angrenzend zu unseren eigenen Strecken. Müssen wir bauen, wenn wir irgendwann mit anderen verbunden sind, weil die in derselben Stadt, also andere Spielerinnen und Spieler, weil die an dieselbe Stadt angeschlossen sind wie wir, dann sind die Netzwerke verbunden und wir können dann auch woanders einfach an deren Ende sozusagen weiterbauen an dem Netzwerk. Wir markieren dann dabei auch, wenn wir solche Strecken legen, unsere eigenen Strecken, indem wir halt diese schwarzen Gleise legen und dann stellen wir ein so ein farbiges Tor, auf einen Streckenteil drauf und das zeigt halt, okay, die Strecke gehört erstmal mir. Ich kann die Kostenlos befahren. Wenn ein anderer Spieler oder eine andere Spielerin meine Strecke benutzen will, was auch geht, um mit ihrer Lok da langzufahren, dann muss sie mir ein Geld bezahlen. Und ein Geld ist relativ viel. Ein Geld ist nämlich am Ende drei Siegpunkte wert. Und das muss man sich schon gut überlegen, ob man jemand anders dafür bezahlt. Der Vorteil ist wiederum, wenn das einmal gemacht wird, dann wird dieses farbige Tor von der Strecke runtergenommen. Da liegen also quasi nur noch die schwarzen Gleise zwischen zwei Orten. Und dann ist das eine verstaatliche Strecke, die dann quasi allen gehört und wo keiner mehr was für bezahlen muss. Das heißt, auf diese Weise kann man dann wichtige zentrale Verbindungen durchaus einmal bezahlen und kann sie dann mehrmals nutzen, indem man drüber fährt, ohne nochmal was bezahlen zu müssen. Ist bei uns aber gar nicht so oft vorgekommen, muss ich sagen, weil man doch schon sehr zurückschreckt, andere Strecken zu nutzen, weil ein Geld sind drei Siegpunkte und auch wenn es am Ende natürlich relativ viele Siegpunkte gibt, wenn man das mehrmals macht, kann man ja sechs, neun, zwölf schnell viele Siegpunkte abgegeben haben, was nicht unbedingt so ideal ist. Und man gibt sie ja nicht nur selber ab, sondern man gibt sie ja auch anderen und damit bekommt die mehr und ich bekomme weniger. Also das sind quasi, ein so eine Münze abzugeben sind quasi sechs Siegpunkte, die den Unterschied dann machen. Das ist schon nicht ohne. Insgesamt gefällt mir Freie Fahrt schon sehr, muss ich sagen. Ich finde die Optik schön, die ist mal wieder relativ unaufgeregt. Klar, hier sind so die Orte so in einem 20er Jahre Sepia-Stil gemalt. Das macht sie teilweise ein bisschen schwerer unterscheidbar. Aber an sich ist das wirklich schon schön gemacht. Und wenn man sich erstmal reingefunden hat, kommt man auch gut zurecht. Es wird dann mit der Zeit ein bisschen unübersichtlich, weil doch sehr viele Strecken dann gebaut werden. Zumindest war das in unseren Partien so. Weil doch jeder sagt, solange er selber Strecken bauen kann, ist ihm das lieber, als eine andere Strecke zu nutzen. Man muss natürlich auch sagen, eine andere Strecke zu nutzen, spart man sich natürlich auch Aktionen. Man muss natürlich auch sich immer wieder neue Gleise auch aus dem allgemeinen Vorrat holen, was entweder kostenlos durch eine eigene Aktion geht. Oder im Zuge der Bauaktion kann man nochmal ein Geld ausgeben, um fünf Gleise zu bekommen. Aber das sind auch wieder 30 Punkte, die man abgibt. Also es ist durchaus schon eine Überlegung wert zu sagen, ich nutze andere Strecken mit, dafür spare ich mir eine Aktion. Bin halt schneller mit meinen Aufträgen, kann schneller Aufträge erfüllen. Das ist eine interessante Abwägung. Insgesamt, wie gesagt, ein schönes Spiel. Ein bisschen unübersichtlich ist es. Es sind auch in den Regeln zwei, drei Sachen nicht so ganz hundertprozentig klar. Also wir haben das uns zwar dann so hingedeutet, ich denke mal, wie es auch passt, wie es richtig ist. Aber so ein paar Sachen, gerade mit dem Spielende, wie das funktioniert, wann man noch passen kann, um nochmal einen extra Punkt zu bekommen und extra Münze zu bekommen oder nicht. Das ist nicht ganz so eindeutig. Und wie gesagt, ein bisschen unübersichtlich ist es am Ende, wenn viel gebaut wird, wenn viele schwarze Strecken da liegen, doch schon. Das ist halt bei Zug um Zug anders. Wenn dann die eigenen Gleise oder die eigenen Waggons dort stehen, kann man sehr einfach erkennen, was einem gehört. Hier ist es halt doch ein bisschen unübersichtlicher. Aber insgesamt hat mir das Spiel Spaß gemacht. Ich würde es auch gerne wieder spielen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich bei Freie Fahrt jetzt schon nach ein paar Partien alles gesehen habe. Ob da langfristig so noch der Kurs der Reiz da ist, muss man sehen. Ja, der erste Eindruck ist deswegen durchaus durchwachsen, aber ist nicht schlecht. Eine weitere Neuheit von der Spiel21 ist ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, nämlich Boon Lake. Das neue Spiel von Alexander Pfister, einer meiner Lieblingsautoren, der ja eigentlich angekündigt hat, dass er in nächster Zeit erst mal nur Kennerspiele machen wird. Ja, nun ist bei DLP Games mit Boon Lake ein weiteres Experten-Spiel erschienen. Das habe ich als Rezensionsexemplar von DLP Games bekommen. Vielen Dank dafür. Boon Lake ist 2021 zur Spielinhalte erschienen. Eins bis vier Spieler können dieses Spiel spielen. Eine Partie dauert zwischen 80 und 160 Minuten. Die Komplexität wird aktuell mit 3,71 von 5 angegeben. Also auf jeden Fall im Kernerspielbereich, wobei man hier noch warten muss, bis noch mehr Bewertungen abgegeben wurden. Aber es ist auf jeden Fall ein komplexes Spiel. Und die Bewertung liegt aktuell bei 7,9 von 10, also sehr hoch. Aber auch hier ein bisschen Vorsicht, weil es ist natürlich noch nicht so alt. Ja, und Boon Lake ist ein Spiel, welches uns als Siedler in ein neues Land führt. Und wir müssen halt mit unseren eigenen Siedlerfiguren, die auf unserem Tableau erst mal stehen, beziehungsweise in unserem Vorrat sind, ja, auf Sechseckfelder siedeln. Das sieht im ersten Moment so ein bisschen wie ein aufgebohrtes Katana aus, weil auch hier so Sechseckfelder gelegt werden. Das heißt, man erschließt auch erst mal gewisse Gebiete. Dann hat man gewisse Plättchen, die dorthin geplatziert werden. Auf diesen Plättchen ist halt angegeben, ob das zum Beispiel eine Wiese ist, wo man halt eine Rinder platzieren kann oder ob da Gebäude platziert werden können, was durchaus spannend ist und unterschiedliche Boni oder Mali bringt. Ja, und durch unsere Aktionen, die auch sehr interessant sind, erweitern wir das halt. Erst kommen da normale Siedler hin. Aus den Siedlern können Häuser werden. Aus den Häusern können Siedlungen werden. Und so versuchen wir halt bestimmte Wertungen, um bestimmte Punkte zu machen. Denn in dem Spiel sind auch sehr, sehr viele Karten dabei. Und diese Karten sind alle anders. Das heißt, die bieten uns in der Regel einen Sofort-Effekt und auch oft dann eben entweder einen dauerhaften Vorteil oder ein Einmaleinkommen noch oder eine Endwertung, die wir dann am Ende auch nochmal ausrechnen, die uns Punkte bringt. Und gerade diese Karten machen einen großen Reiz dieses Spiels aus. Und das ist ja bei vielen Spielen, die ich so sehr mag, wie zum Beispiel auch Terraforming Mars oder ähnliche, wo man halt, oder Archenova, wo man halt diese vielen verschiedenen Karten hat, die man halt geschickt einsetzen muss. Bei dem Spiel muss man strategisch planen, keine Frage. Man muss schon gucken, auf was geht man, wo verbessert man bestimmte Werte, um Aktionen besser nutzen zu können. Aber man muss natürlich auch immer schauen, okay, welche Karten bekomme ich jetzt durch eine Nachziehaktion zum Beispiel und was kann ich am besten mit diesen Karten anstellen. Die Aktionen selber werden ausgelöst über Aktionsplättchen. Wir haben so ein extra kleines Tableau liegen. Da sind sieben Aktionsplättchen drauf und die sind immer eigentlich gleich aufgebaut. Wir haben einen linken Teil, den führe ich als aktiver Spieler aus und wir haben einen rechten Teil auf diesem Plättchen, die führen alle aus, inklusive mir. Bis auf ein Plättchen, da dürfen nur die anderen das ausführen. Aber in der Regel führe ich halt selber eine Aktion aus und dann nochmal alle, inklusive mir, die andere Aktion auf dem Plättchen. Und in der Regel geht das so los, dass wir erstmal eine Karte ausspielen können. Da muss man dann drauf achten. Es gibt drei Tageszeiten. Es gibt, glaube ich, Tag, Nacht und Dämmerung. Und die Karten sind halt entsprechend eingeordnet in Tag, Karten, Nacht, Karten und Dämmerungskarten. Und auf diesem Plättchen ist jeweils angegeben, welche Art von Karten ich ausspielen kann. Also ich kann nur eine Tagkarte ausspielen, wenn ich auch das Plättchen nehme, das mir erlaubt, Tagkarten auszuspielen. Und dann gibt es noch weitere Aktionen, wie zum Beispiel das Einsetzen von Siedlern auf dem Spielfeld oder das Einsetzen von Rindern oder das Aufwerten zu einem Haus oder zu einer Siedlung, wobei da jeweils gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen, noch um das überhaupt zu dürfen. Und weitere Aktionen. Und wenn ich das alles gemacht habe und wir alle dann auch die andere Seite der Aktion genutzt haben, das heißt, jeder Spieler ist auch ständig dran, was bei dem Spiel, das dauert wirklich lang. Also unsere ersten Partien haben sehr lange gedauert. Aber dadurch, dass man immer dran ist, dass man immer diese Nebenaktionen quasi mitmachen kann, vom aktuellen Spieler, hat man nie so eine lange Downtime. Das fühlt sich nicht irgendwie so lang an. Also das fand ich jeweils ein großer Pluspunkt. Ja, und am Ende guckt man dann, von wo hat man dieses Plättchen genommen, weil das wird dann rausgenommen an der Stelle, wird unten hingelegt und quasi am Ende dieser Aktionsleiste wieder reingelegt. Und je nachdem, wo man es rausnimmt, je weiter oben man es rausnimmt, umso weiter kann man mit dem eigenen Schiff auf dem Fluss langfahren, der auf dem Spielfeld auch ist. Der ist quasi der Fortschritt im Spiel. Wir fahren erstmal eine Schleife, da gibt es zwei Zwischenwertungen. Und dann fahren wir nochmal quasi denselben Fluss, aber dann biegen wir an einer anderen Stelle ab Richtung Ziel. Das heißt, es gibt insgesamt vier Zwischenwertungen, wobei die letzte Zwischenwertung dann auch am Ende ist und danach kommt dann die Endwertung gleich. Und so kann man halt ein bisschen steuern, wie schnell das Spiel vorangeht. Wenn alle immer nur einen Schritt vorwärts gehen, dann dauert das Spiel natürlich sehr lang, weil man nicht vorankommt auf dem Fluss und viel mehr Aktionen gespielt werden. Wenn man relativ schnell versucht, ein bisschen Tempo reinzunehmen, möglichst Aktionen nimmt, die weit oben liegen, um bis zu vier Felder auf dem Fluss voranzugehen, kann man das Spiel natürlich auch beschleunigen und kann dann teilweise eben auch Aktionen nutzen, die die anderen gar nicht mehr nutzen können, weil sie nicht bis dorthin kommen, weil nach der zweiten Zwischenwertung werden alle Schiffe wieder auf den Anfang gesetzt und bestimmte Felder vor der zweiten Zwischenwertung können manche gar nicht betreten dann. Und das ist ein ganz interessanter Mechanismus, der mich so ein bisschen an Anno 1800 erinnert, wo ja auch durch das Abspielen der Karten, also wenn jemand keine Karten mehr auf der Hand hat, Personenkarten, beziehungsweise Bevölkerungskarten, dann wird dir das Spielende eingeläutet. Auch da ist das natürlich eine Sache, die die Spieler selber in der Hand haben. Nehmen Sie immer noch mehr von diesen Karten durch neue Bewohner und neue Bewohner-Cubes, nehmen Sie immer mehr von diesen Karten auf oder versucht jemand dann möglichst schnell die eigenen Karten dann loszuwerden. Ähnlich ist es hier. Auch hier kann man eben durch die Geschwindigkeit, wie man über den Fluss fährt, steuern, wie schnell sich das Spiel entwickelt. Aber man kann es, wie gesagt, eben auch ein bisschen lang hinaus zögern. Ja, und so ist es wirklich ein komplexes Spiel, wo man eben wirklich schauen muss, okay, was will ich? Wo investiere ich meine Aktionen? Da gibt es noch zwei Leisten, die uns Boni bringen beim Einkommen und was ich an Karten bekomme, wenn wieder eine Wertung ist. Und da kann man eben wirklich immer schauen, okay, auf was gehe ich? Wo spezialisiere ich mich? Welche Karten bekomme ich? Welche Karten spiele ich davon aus? Ich kann aber auch immer Karten abwerfen für Geld. Also ich muss diese Karten nicht spielen, sondern wenn sie eben nicht passen oder wenn sie nicht zu meiner Strategie passen, werfe ich sie ab für zwei Geld. Es gibt ja noch Verbesserungen, wo ich dann drei Geld zum Beispiel bekomme, wenn ich bestimmte Karten abwerfe. Also es ist sehr, sehr viel drin bei Boone Lake und ich habe jetzt ein paar Partien gespielt, habe aber immer noch viel zu entdecken und das mag ich bei solchen Spielen wirklich sehr. Die haben so viele verschiedene Karten haben und man kann immer wieder neue Sachen ausprobieren. Was ich auch sehr schön finde, ist das eigene Spielertableau, auch sehr groß. Man hat einerseits auf der linken Seite so einen kleinen, auch so einen kleinen Fluss, wo man zwei Boote drauf hat und da kann man hin und her fahren, muss teilweise dafür Geld bezahlen, um bestimmte Ressourcen zu haben. Denn um diese Karten auszuspielen, muss man halt, wie gesagt, bestimmte Ressourcen haben. Die gibt es aber nicht im Spiel außer Geld. Man hat jetzt keine Holztoken oder sonstige Steintoken, sondern auch wie bei Anu1800 sind das halt, ja, Instant-Ressourcen. Das heißt, wenn man sie produzieren kann, dann hat man sie auch zur Verfügung, um eine Karte auszuspielen. Und dann kann man eben durch bestimmte, wenn man Gebäude baut, wenn man Siedlungen baut, wenn man Rinder auf der Spielbrett bringt, nimmt man die vom eigenen Tableau runter. Hier wird er ähnlich wie Terra Mystica und schaltet dadurch weitere Boni frei, Einkommensboni und andere Dinge. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auf der rechten Seite des eigenen Tableaus hat man noch so zwölf Felder, sogenannte Hebelfelder. Da muss man sich Hebel holen. Das sind kleine Plättchen, die kann man da drauflegen. Und dann kann man im eigenen Zug einmal pro Runde, also bis die nächste Zwischenwertung kommt, so eine Aktion nutzen. Das sind halt bestimmte Boni. Man muss mal eine Ressource weniger bezahlen beim Bauen oder ähnliches. Bei einer Zwischenwertung werden die alle wieder hochgeschoben, diese Hebel. Man hat also alle von diesen Bonus-Aktionen wieder zur Verfügung. Auch ein sehr schöner Mechanismus. Also Boone Lake, auf jeden Fall ein sehr komplexes Spiel. Konnte ich jetzt hier auch nur im ersten Eindruck anreißen und muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Das Einzige, was mich noch ein bisschen nicht ganz so hundertprozentig sicher bin, ist halt die Spieldauer. Die kann halt sehr lange dauern. Ja, und ich bin mir nicht sicher. Klar kann man sagen, okay, da musst du halt schnell spielen. Aber wenn mich das Spiel quasi allein aus der Spieldauer dazu zwingt, immer weitere Schritte zu geben, dass das Spiel nicht fünf Stunden dauert, dann ist das, dann hätte man gleich irgendwie sagen können, ihr könnt nur drei oder vier Schritte gehen und nicht mir die Option geben können, ich kann auch langsam vorangehen, weil dann dauert das Spiel ziemlich lang. Und das ist so ein kleines, kleiner Wermustropfen vielleicht, würde ich im Moment sagen. Aber alles andere gefällt mir bei dem Spiel wirklich sehr, sehr gut. Boon Lake von daher auch ein sehr guter Ersteindruck. Und als letztes Spiel für heute habe ich Jekyll vs. Hyde, ein Stichspiel für zwei Personen, was ich jetzt letztens in einer Spielrunde spielen konnte und von dem ich sehr angetan bin, muss ich sagen. Ist ja so mal mit Stichspielen so eine Sache, da kommen ja immer viele raus, nicht jedes ist wirklich so toll. Und hier ist halt ein Stichspiel für zwei Personen und das ist natürlich eine Sache, die konnte man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen. Wird hier aber interessant umgesetzt und zwar thematisch im Bereich von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das heißt, diese zwei Identitäten der Person und dazu hat man halt so einen kleinen Track, das ist so ein kleines Brett, ganz klein beim Spiel, ist ja nur ein Kartenspiel, wo halt so eine Metallfigur des Dr. Jekyll hier langläuft. Es fängt natürlich bei der Seite Dr. Jekyll an und auf der anderen Seite ist dann die Seite, wenn er ganz am Ende ankommt, ist er quasi Mr. Hyde geworden und ein Spieler will halt versuchen, das zu verhindern, dass halt die Person Mr. Hyde bleibt. Der andere Spieler oder die andere Spielerin will versuchen, dass diese Figur halt zehn Schritte weit geht über drei Runden und wenn sie ganz am Ende angekommen ist, ist es halt Mr. Hyde geworden und die Person, die das wollte, hat gewonnen. Also einer versucht, das zu verhindern, der andere versucht, das zu schaffen. Und wie schaffen wir das? Wir spielen, wie gesagt, über drei Runden. Wir bekommen Karten und diese Karten spielen wir dann aus und zwar immer zehn Karten, also es werden zehn Stiche gemacht in jeder Runde. Die eine Person ist daran interessiert, hier möglichst einen großen Unterschied zwischen den Stichen zu bekommen, also dass möglichst eine Person sieben Stiche, die andere nur drei hat oder acht und zwei. Das ist der Mr. Hyde. Der Dr. Jekyll-Spieler ist daran interessiert, dass möglichst ausgeglichen gespielt wird, also die Differenz möglichst gering ist. Idealerweise natürlich fünf, fünf, also jeder fünf Stiche, was die Differenz null wäre. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Spieler sechs Stiche macht, der andere macht vier, dann ist die Differenz halt zwei und diese Figur rutscht zwei Schritte in Richtung Mr. Hyde. Dabei ist es egal, ob der Mr. Hyde-Spieler diese sechs Stiche oder acht Stiche oder was auch immer gemacht hat. Ihm ist nur wichtig, einen großen Unterschied zu haben. Er kann auch versuchen, alle Stiche zu verlieren, dass der Dr. Jekyll alle Stiche macht. Für ihn ist es wichtig, möglichst eine große Differenz zu haben, weil die Differenz ist das, was am Ende der Runde diese Figur vorrutscht. Der andere Spieler, Dr. Jekyll, versucht halt ausgewogen zu spielen, dass beide gleich viele Stiche machen, möglichst, damit die Figur nicht oder nur wenig vorrutscht. Und ich muss sagen, das ist wirklich cool. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Gerade diese Tatsache, dass man eben auch verlieren spielen kann, ist natürlich sehr cool. Und dann gibt es in dem Spiel noch drei Sonderfähigkeiten, beziehungsweise zwei davon sind eigentlich nur die, die zum Einsatz kommen. Und das sind Sonderfähigkeiten, wo man halt zum Beispiel Karten tauscht. Und da kann man eben natürlich den anderen noch so ein bisschen Karten reinschustern, die man weiß, okay, dann muss er mich bedienen und damit bekomme ich den Stich zum Beispiel. Oder ich kann eine letzte Karte abgeben, was dazu führt, dass ich eben eine hohe Karte zum Beispiel, wenn ich keinen Stich mehr machen will und der andere, wenn der die ausspielt, kann ich dann zum Beispiel was anderes abwerfen. Also das ist auch ein ziemlich cooler Mechanismus. Also ich muss sagen, ich bin da schnell reingekommen bei diesem Spiel, Jekyll vs. Hyde, und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich habe da wieder Lust, neue Partien dieses kleinen Stichspiels zu spielen. Und wer wirklich ein Stichspiel für zwei Personen sucht, also im Moment, muss ich sagen, und ziemlich begeistert und hoffe natürlich, dass vielleicht in einer späteren Erweiterung noch ein, zwei andere Sonderkarten mit reinkommen, um noch ein bisschen mehr Abwechslung von den Sonderaktionen zu haben. Aber allein dieser Mechanismus, dass der eine halt versucht, ausgeglichen zu spielen, der andere versucht halt entweder möglichst hoch zu gewinnen oder möglichst hoch zu verlieren, was die Stiche angeht. Das finde ich halt ein ziemlich genialer Schachzug und bin überrascht, dass da noch keiner eigentlich so drauf gekommen ist. Also ein sehr schönes Spiel, ist auch übrigens sehr schön gestaltet. Ich habe gar nicht die Eckdaten genannt. Also der Designer ist Geonil, sagt mir jetzt gar nichts, aber der Künstler ist Vincent Dutré. Das ist natürlich ein Grafiker, der zu meinen absoluten Lieblingsgrafikern gehört und das sieht das Spiel natürlich die Karten auch sehr, sehr gut aus. Es ist im Verlag Nice Game Publishing auf Deutsch erschienen, 2021 jetzt auch, also zwei Spiele ab acht Jahren, 30 Minuten, ja, kann man auch schneller spielen, so eine Partie. Und 1,78 von 5, also ist auch nicht so komplex. Die Bewertung aktuell 7,2 von 10. Also Jekyll und Hyde, oder Jekyll vs. Hyde besser gesagt, ein sehr, sehr schönes Stichspiel für zwei Personen, was ich auf jeden Fall weiter spielen möchte. Und das war's auch heute schon wieder mit meinen Ersteindrücken. Und das war's auch heute. Und das war's auch heute. war's auch heute.